Das ist das Frischeste, was du dir vorstellen kannst. Direkt aus dem Taunus. Das sind alles Frischlinge zum Teil. Und das Kaltfleisch. Also ist es mein Freund Gallo. Brote, die Mare Salat, alles hervorragend. Es macht total Spaß, hier diese Salate zu kaufen und mitzunehmen. Soll ich rufen oder was? Ja, ruf mal. Los, was gibt's? Zwei Stück Kaki, ein Euro. Ananas, ein Stück, ein Euro, 50. Und Karotten, ein Euro. Hier, Sie wissen auch genau die Tüte, Sie wissen auch genau die Abbrechung bei mir. Kostet mir einfach 3 Euro. Ja, hallo, grüße Sie. Jetzt hätte ich gerne eine Parisienne erstmal, nachher hol ich noch mehr. Und die Garage auch, da steht nur ein Stück. Und jetzt müssen wir natürlich in den Einkaufsladen gehen. Leipziger ist super zum Einkaufen, wie du weißt. Es ist wirklich so, dass die Internationalität hier, machen zwar manchmal Läden zu und wieder auf, aber die Internationalität hier, die ist wunderbar. Oh, oh, es ist richtig. Me le Grazie. Das ist saftig, oder? Das Publikum, ich wünsche Ihnen wunderbare Weihnachten. Ich wünsche Ihnen so viel Glück, die Kugeln neben mir liegen, so viel Glanzstachel. Friede und Glückseligkeit. Frohe Weihnachten. 5. Yvell時間. giraffe. Finsch. two. 41. 42. Vielen Dank.